Servus, grüß euch Hobbedere, willkommen zu meinem neuesten Vaporizer Video. Heute haben wir wieder einen von Storz und Bickel am Start, und zwar den neuen Mighty Plus. So, das ist jetzt die Erweiterung vom normalen Mighty. Feel Mighty, be Mighty. Besser, schneller, stärker. Spüre die Kraft des neuen, verbesserten Mighty Plus. Seit seinem Erscheinen spielt der Mighty in einer ganz eigenen Liga. Das stimmt, das können wir bestätigen. Jetzt setzt der Mighty Plus die Messlatte mit diesem atemberaubenden neuen Features noch höher. Der ist jetzt mit USB-C-Buchse, Supercharge-Funktion, 80% Ladung in 40 Minuten, Aufheizen in ca. 60 Sekunden, keramikbeschichtete Füllkammer, optimiertes Design für bessere Stabilität, voreingestellte Superbooster-Temperatur, verbessertes Gehäuse und 2 Jahre Garantie plus 1 Jahr bei Registrierung. So, dann haben wir hier wie immer unsere schöne Schachtel. Dies ist ein bisschen kleiner, wie die normale Mighty Schachtel. Da ist grundsätzlich auch ein bisschen weniger drin. Dann machen wir dann aber noch ein eigenes Video, wo wir praktisch den Mighty mit dem Mighty Plus vergleichen. Genau, Storz und Bickel, so wie wir es halt immer kennen. Dann machen wir den mal hier unten auf. Wo ist denn das hier? Zack, Vorsicht, ist das alles auf Kamera? Jawohl. So, dann machen wir den hier mal auf. Dann haben wir hier das gute Stück schon. Zack. Den schauen wir uns aber gleich noch an. Wir schauen noch, was so ein bisschen dabei ist. Also hier so ganz typisch der Pinsel, der überall dabei ist. Falsche Kamera. Entschuldigung. Ähm, zum Saubermachen. Dann ein USB-C-Kabel. Noch ein paar kleine Verschleißteile. Und unten drunter, ähm, nochmal die extra Warranty-Card für ein Jahr. Zack, machen wir es lieber hier. Und dann haben wir hier noch eine Kurzbeschreibung. Zack. Zack. Genau, kennen wir schon. Kennen wir schon vom anderen Mighty auch, gell? So, im Endeffekt war es das schon, was im Karton ist. Dann haben wir hier das gute Stück. Zack, schaut im Endeffekt aus wie der alte Mighty. Aber wie gesagt, da kommt noch ein Vergleichsvideo. Ähm, hier oben auch ganz normal. Oh, der ist noch ganz neu. Klick, aufmachen. Einfach befüllen. Wie gesagt, das vergleichen wir dann noch alles mit dem anderen. Zack, zu. Dann haben wir hier auch ganz normal den Anknopf. Hier ist jetzt zum Beispiel, na halt, das ist dann fürs Vergleichsvideo. Das ist jetzt einfach, ähm, der neue Mighty+. Also im Internet habe ich ihn jetzt gesehen zwischen, ich glaube schon, 350 und 398 Euro. Das kann man sich überlegen. Wartet noch auf, ähm, das Vergleichsvideo, was hier in den nächsten Tagen rauskommt. Und, heute ein super kurzes Video, aber dazu gibt es jetzt eigentlich nicht viel zu sagen, weil der Mighty ist einfach der Mighty. Das ist jetzt halt die verbesserte Version. Nicht wahr? Ähm, was sage ich zum Schluss immer noch? Kommentieren, abonnieren und eventuell liken. Ha, disliken könnt ihr es auch, aber das sieht jetzt keiner mehr. Und, äh, ja, danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Video. Peace, yo. Peace. Peace.